Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Rubin auf High-End Gaming Basis. Im letzten Part haben wir ein wenig unser Kürtel und unser Panzer Erron trainiert. Heute wollen wir das gleich wieder machen, weil weit sind wir nicht gekommen. Aber als allererstes müssen wir ins Poké Center gehen. Unser Kürtel müsste glaube ich down sein. Und gestern gab es leider keinen High-End Gaming Stream, weil ich gibst du. Ich habe einfach, ja ich habe verschlafen. Ist aber nicht so schlimm. Gestern gab es ja trotzdem zwei Streams. Ich wollte einfach mal frei haben. Ich weiß auch gar nicht wie lange ich gepennt habe. 15 oder sich den Stunden einfach durchgepennt. Aber das tat auch gut also. Ich bin ja noch nicht auf. Ich bin ja noch nicht auf. Schnell gingen. Ich bin ja auch nicht auf die Er礙ung. Ich bin ja noch nicht auf. Aber das ist ja noch nicht auf. Ich kann ja noch nicht auf. Hallo Pandya Oh Oh Ja wohl Diesmal wechseln wir. Die Attacke regt ganz schön auf. Aber ich vermute, dass es Aufruhr von Pandir ist. Kann ja eigentlich nur Aufruhr sein. Weil was anderes fällt mir grad spontan nicht ein. Dann. Oh. Oh... Ui... Ich glaube, Stolly hat ein Level erreicht, ne? Oh, das ist gut. Hm... Wir gehen auf... Wieder auf Stolly. So, Stolly, dann setzen wir deine Kopfnuss ein. Jawohl! Okay, Kürtel hat ein Level erreicht, das ist schön. Ich glaube, Kürtel wollte eine Attacke erlernen, oder? Ich weiß es nicht. Warum kommt jetzt gerade kein Pokémon mehr? Habe ich die alle vertrieben, oder was? Geht doch. So... Stolly müsste aber auch bald mal Level 3 sein, oder? Ende... Ende 20, Anfang 30 werden. Ende 20. Ende 20. Ende 20. Ende 20. Ende 20. Ende 30 wird er sicher zu Stollrak. und natürlich sind wir verwirrt es war klar jetzt komm Stolli, hau rein danke wie viel hält dieses Panty aus Dankeschön 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 Okay. 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 Keine Ahnung, was das für eine Attacke war. Ah, verdammt, wir brauchen auch keine Kopfnuss mehr. Gehen wir auf die Metallklaue. Okay. 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 Was dann dann ist nicht down? Okay. Oh, ein Panzer-Aeron. Oh. Mhm. 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 Wir gehen auf Aquakarre. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Wir gehen auf die Aquaknarre. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Ich habe doch natürlich trotzdem geduscht, aber so mit kalten Wasser zu duschen ist nicht wirklich das wahre. Wir gehen auf. 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 Wir gehen auf.